ja hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge in meinem schönen projekt hier mit oldtimern so wir waren gerade hier felder gucken was hier überhaupt so los ist bei uns hier was wir so alles haben da gucken wir mal, wir bleiben hier vorne hinterm hof, da waren irgendwo noch Wiesen oder sowas, das war unser, da gehen wir einfach mal hin nein, wir laufen einfach mal kürfel rein oh, man hört den Händler bis hierhin, das hier eigentlich unser Hund auch schon mit den coolen Patti, ja das ist auch schon unser, sehr schön der Stall ist aber auch groß, finde ich pauschal gesehen, ziemlich groß genau, das war ja unsere letzte Frage hier, der Stall oder die Halle, das ist ja auch sogar noch unsere Halle so, hier liegen auch noch alte Teile rum, als wenn es hier eine Werkstatt wäre gut, sieht ganz gut aus, hier kann man sogar hinfahren, vernünftig, läuft ja gut, dann wollen wir mal wieder zurücklaufen zu unserem Händler ähm, machen wir mal gucken eben ja, Mahlzeit okay, hier läuft ja schon was, da ist ja gut der ist gut, der läuft den nehme ich mit warum der hat nur noch 4 kmh, der will da nicht was, Getriebeschaden oder wie weiß ich, da muss ich genau nachgucken ich hoffe, dass das nicht so teuer wird, der ist der größte Schlepper hier, den ich gefunden habe ja und ausgerechnet der will nicht oder wie ja 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 alles klar, gut äh, wann denkst du, wann hast du den durch? ähm, ich melde mich gleich, wenn ich den auf der Bühne hatte ja, ok, ja, wie gesagt, ich hab ja noch zum Glück ein, zwei andere Fahrzeuge hier noch ja 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 da melde dich dann ja ok, viel Spaß noch bei der Arbeit natürlich äh so wir müssen auch mal gucken, dass wir irgendwie mal zurande kommen wir gucken nochmal auf die Karte, was wir alles drauf hatten das ist äh, soja soja, aber auch erntereif hier ist noch nicht erntereif, da fangen wir dann mal mit an aber mit dem Dreschen, hm da hab ich noch ein Problem ich hab kein Drescher heißt, wir müssen anrufen ja, hallo ja, hallo, wer ist denn da? der Herr Doll ach, Herr Doll, ja, da hab ich doch richtig gewählt dachte, ich hätte mich jetzt schon verwählt äh, ich habe äh, eine Bitte haben Sie Kapazität frei, im Sinne von Arbeit? ja ja äh, ich hätte jetzt hier vorm Hof, quasi genau gegenüberliegen ähm soja Booten stehen, die müssen abgeerntet werden und ich würde da einen Anhänger parat stellen zum ab transportieren alles klar das wäre super dann würde ich zeitnah durchkommen zeitnah, das hört sich super an und falls Sie müde irgendwann sind nach dem Ernten natürlich nicht während des Ernten, hier ist auch noch ein Campingbarn beim Nachbarn da können Sie sich direkt übernachten, wenn Sie nachfahren auch mal schauen auch mal schauen ja, okay bis gleich mal alles klar, bis dann so welchen Precker nehmen wir mal? ach komm, wir nehmen mal den den? wir nehmen mal den großen, ja den großen Eicher den kleinen da vorne nehmen wir mal für irgendwelche anderen Kleinigkeiten ähm, Anhänger? ach ne, Anhänger hatten wir auch nicht verdammt ich hatte nur den LKW hier wir nehmen mal den ich hoffe, dass der mit seinem Drescher da dran kommt ich weiß ja nicht, wie groß der ist mit was für einem Drescher da kommt keine Ahnung war da wohl auf dem Hof, aber einen Drescher hab ich da jetzt noch nicht gesehen gab ach, hier sitzt ja rechts drunter stimmt ja da war ja was so, wo stellen wir ihm jetzt die Kiste hin? hm ich glaube, wir fahren jetzt links dass er ein bisschen auf dem Feld durch da oben steht dass er hier so im Wege steht weil hier in den Blüsen hab ich auch keine zu stehen ja haben wir oben auf der Ecke hin da ist ein kleiner Feldweg ich hoffe, dass er bis hier oben durch kommt ich hoffe, dass er bis hier oben durch kommt hier kann er ruhig stehen hier kann er ruhig stehen der LKW das ist nicht ganz so schlimm wenn er angefangen hat kann ich auf dem Feld stellen oder erstmal stellen wir ihn mal hier so ah Tür zu ah Tür ist zu so so da könnte der Meister vom Drescher Fahrrad kommen das dauert auch vielleicht ähm dann haben wir denn sonst noch was, was wir machen können wir könnten Wiesen die könnten wir schon ernten das könnten wir auch machen nebenbei noch so ja dann laufen wir mal nach Hause wieder müssen wir ein bisschen laufen ein bisschen laufen und die dünn oh da ist ja schon der Hof wieder zum Glück ist das Feld nicht über hier die Felder nicht ganz so weit verlaufen man braucht nicht so weit laufen ja ja wär schrecklich so Frost haben wir nicht aber ich hoffe, dass der Trecker nicht so teuer wird ähm genau wir wollten mähen was haben wir denn überhaupt als Mäbzeug hier haben wir doch ach ja wir haben ja hier den den alten Mäher dann machen wir das wir gehen ein bisschen mähen mit dem hier das passt doch das schafft er doch glaube ich wieder ist hier Lust ein anderer Trecker war alles geräuscht so dann waren wir meine Wiesen die sind krass man wieso links mein ich wäre es gewesen die Wiese hinterm hoch links so jetzt müssen wir nur noch erstmalig hier mal gucken wo die Einfahrt sind von der Wiese irgendwo muss da eine Einfahrt sein wir haben auch komisch geriegelt hier kleine Abstände große Abstände eine Hecke dazwischen ah hier vorne ist ein Tor da halten wir hier auf weil wir noch nicht wissen worum es äh quasi aufgeht so so gehen wir mal hier hin ach jetzt geht er in jetzt hätte er auch weiter fahren gut so dann wollen wir das mal da mal auszlappen hm ich werde noch was anderes dran machen die Zapfälle genau ohne der geht es ja auch nicht ne steigt da einfach wieder ab so weiter aber auch so auf gehts ähm und nun ähm ich glaube der Trecker ist einfach zu schwach wir müssen das mal wieder abmachen hier da nicht beim laufen lassen abkoppeln so weiter aber auch so da müssen wir dann doch den größeren nehmen dafür schade ich dachte wir können mit dem kleinen hier durch starten aber der ist zu schwach wie das ging ich kann auch hier drüber fahren so viel Glitzer geht auch nah inwards nice so ah hier bin ich genau dann kann ich den ja nur mehr oder weniger hier nutzen für richtig kleine äh schwaden oder zettern oder sowas oder halt vorne material und da kann ich das nutzen da kann ich das nutzen so dann nehmen wir uns diesen Eicher hier mal gucken dass er vielleicht den anderen hier vorne vielleicht immer mal verschärbeln dieser sollte es aber schaffen so dann das ganze wird angehen so das ganze wird angehen so dann abtrinken und los geht's der schafft das auf jeden Fall so so dann kommt ich weiß auch nicht wie viel dabei rumkommt aber das werden wir dann wohl sehen ja herr baum ist hier guten tag hier ist der erdol ach sie sind da ja bitte ähm ich wollte eigentlich anfangen mit dreschen bei ihnen ah ich äh ahne schon was ich glaube sie haben mir die Berechtigung noch nicht gegeben jo es stimmt äh wo sie denn da jetzt dürfen sie alles klar viel Erfolg der Anhänger ist übrigens äh hier Feld 8 Feld 7 da auf dem Feldstück auf diese ne ja da ist der Lkw ich hoffe die kommen da irgendwie dran mit dem kleinen äh John Deere ist da Schöftchen bekommen alles klar gut bis dann bis dem tschüss ja guck dann ist der auch schon da äh um nur da Soja zu ernten das können wir dann auch direkt äh Geld nochmal verwandeln weil für die Tiere brauchen wir es nicht und es ist ein kleiner Nehmeerwerb seit mal den werden wir dann einfach nutzen oi hier ist aber Hanglage hier Quartal hier für die Brücke hier oh da quält er sich auch ein bisschen aber der Eicher ist schon stabil der Sterreflatt ja das dauert aber auch ein bisschen mit diesen Nähbalken hier ein bisschen um die Wurst gefahren ach die Wiese geradeaus ist auch noch unsere ne die nicht da hinten die kleine die auf der Ecke da jetzt so stehe ich rechts vor uns das ist auch noch unser so dann werden wir wohl noch ein paar Runden hier drehen und dann mal schauen was sonst noch geht ob wir noch irgendwelche anderen Leute hier treffen heute oder nicht für mich ja den habe ich auch jetzt die zwei Tage schon nicht mehr gesehen der hat sich ja irgendwo verfahren bei der Biografanlage letztes Mal ich weiß überhaupt gar nicht ob der nach Hause getan hat ich glaube ich muss ihn mal eben kurz anrufen ja oh du lebst ja doch noch du warst doch bei den Biografanlagers nicht verfahren du warst dann wild übereinander und bist ja dann doch bist du ja wieder nach Hause gekommen? ja ich bin eben zwischendurch bin ich nach Hause gefahren eben ernst? ja ich muss noch ein bisschen quatschen im Heer da ist ja schon ein mindestens ein ganzes Dach her wo ein bisschen stecken geblieben ist ja ich war noch ich bin noch versackt wir haben ein bisschen weiter umgefahren ja ja und du hast gut eingelebt ja ich bin gerade ein bisschen am Gras schneiden hier ach so ja ja mal gucken in so einem kleinen Mähbalken nur wird wohl ein bisschen länger dauern als ich das hier abgerockt habe ja und der der Lohner der ist schon mal am Zinn am Doja am Dreschen bei uns ach so ja ja mal gucken was da rum kommt ne ja ja aber einmal bin ich schon rumgefahren jetzt hier mit einem Eicher der kleine Eicher war ein bisschen zu schwach auf dem Brust habe ich festgestellt für die für Mähbalken obwohl das ja eigentlich nur so ein Messerbalken ist ja hätte er eigentlich ziehen müssen aber gut er wollte nicht naja und sonst geht es dir gut ja und selber also bei dem bei dem Sonnenschein geht es mir immer gut hier kurz vor Feierabend gleich da geht es mir immer gut Feierabend? machst du ja schon Feierabend? ja guck mal cool ist ja schon 17.32 der deswegen wann machst du denn Feierabend so? ich bin grad Kartoffeln am ernten ah da muss ich mir mal angucken gleich mal ich denke mal jemanden zwischen dir keinen Bock hab im Kreis zu fahren ja ja ich bin hoch bei mir dran ich hab mir einen ausgelegenen Kartoffel vollernter ah ok alles klar meinen älteren guck ich mir nachher mal an ja ja ich bin aber grad noch beim Händler das wird noch ein bisschen dauern glaub ich muss leider meine Anhänger zurückgeben ok alles klar bis später wir sehen uns und hören uns tschü du hast ja meine Nummer ja klar aber wo hast du denn her? hast du die vom Tobi? natürlich den hab ich gefragt weil ich mir so Sorgen machte hab ich ihn noch gefragt ja als ich zuhause war und nicht schlafen konnte hab ich ihn noch mal angerufen ja ich kann dir die Kneipe auch nicht empfehlen die ist gut naja nachher versack ich genauso lang hey danke ja ich bin mal ganz den Tag weg ja ja überhaupt passiert ja gut dann kurier dich aus ja ja kriegen wir schnell tschüss ja tschau so ich würde behaupten wir machen hier mal Ende und gucken nächstes Mal ob der Micha immer noch am Leben ist bis dahin viel Spaß noch über du zum